Ja. Ah, das ist sowas wie eine Festung hier. Was ist sowas wie eine Festung? 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 Hey, da kloppt man auch gegen Frauen. Das ist von mir Sleeky, ne? Sleeky ist man gar nicht, aber... Muss be one of the Klinkers. Good place to start. Oh Gott! Kann ich das Gewehr einsammeln, bestimmt, ne? Nee. Anscheinend nicht. Und da war noch mal irgendeine E? Stehen. Carry... Na gut, dann nicht. Auch kann man Pistolen hab ich mal. Das war's jetzt endlich. Gut, den Bonuspunkt hab ich nicht gesehen. Das ist in Schopps. Oh, das ist noch zu heiß. Ach, die Klamotten so geil! Der Schal, der sich dabei bewegt, diese Güte! Gengwass! Gengwass! Ach, wer kommt hier an? Ach, wer kommt hier an? Guck! Ich glaube mir jetzt noch hinterher, wenn ihr sagt, join me, du auch? So, mal gucken, was diese Kisten sind oder ob ich sie gleich ganz einklasse. Metall, Stoff, Börmgelb. Und da ich noch keine Ahnung habe, wofür ich das brauche, lasse ich es erst mal an. Dieses Grinden, das kann man später machen. Jetzt machen wir erst mal das erste Gebiet komplett. Also noch zwei Missionen. Und dann machen wir die Main-Story weiter. Dann ist es rumgegrindet. Ich werde dir geholfen, Herr. Und dann, Herr, alles klar. Entschuldigung. Ach, die kann ich jetzt darauf Das ist natürlich lustig Um meine Verbündenden aufhetzen zu dürfen Jetzt mal gucken, ob die hinterherkommen Nö On my way! Ja, die sucht den ganzen Weg zum Dach Ich möchte jetzt schon wieder zur Kirche London Mittleres 18. Jahrhundert, ey So geil gemacht, die Dächer Der Marktplatz, die Leute Da haben sie bei diesen Assassin's Creed Highter gemacht Ich habe den letzten Teil weggelassen Ich habe ja Black Flag gespielt Also erstmal den ersten Teil habe ich komplett weggelassen Den zweiten, den habe ich tatsächlich gespielt Den dritten, also The Brother, den habe ich alle weggelassen Weil die genau für mich dasselbe waren Black Flag habe ich mir mir herangetraut Und der letzte war ja quasi Black Flag 2 Also nochmal dasselbe Achja, das ist ja eh toll Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Was? Das ist das Aber ich habe keine Ich brauche keine Körper an der Station. Anrufe den Ziel von hinteren und attestete an deinen Schuss. Bautjot. Ja, ich weiß, ich soll meine Vorgesicht benutzen und ich soll... ...quitely, ja. Defiziere dein Ziel. Oh, da ist er. Homer Dalton! Ja, mach mal hier den Busch. Polizist fährt da auch noch um. Jo, wie machen wir das am besten? Da ist ein Dach von oben, ne? Jetzt noch mal hier? Dann... Ah! Okay, der Plan. Erstmal aus der Sicht verschwinden. Ich habe auch den Plan, nämlich darüber das Zugseil. Ja, der ist ja noch schön. Jetzt läuft er auch noch weg. Oh, gut, machen wir das eben so. Ja, jetzt kommen wir zur Steuerung. Wenn man runter möchte, dann kommt man nicht runter. Oh, gut, mach! Oh! Oh! Somebody stop this shit! Oh! Oh! I'm keeping an eye on him! Hello? That one? Oh! Somebody stop this shit! I'm keeping an eye on him! I wonder... Oh! That one of us is looking like a Ganz unauffällig! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!